Hallo liebe Leute, der zweite Teil von der Folge von gestern. Macht das Sinn, ist auch egal. Heute geht's nicht. Weißt du, das könnte ich nicht mehr geben, weil wir vorher hätten mal gucken sollen, wer überhaupt die nächste Folge dann... Achso, ach ja, mhm. Ihr seht, der zweite Teil der ersten Folge hat die nächste. Ja genau, wenn ich hab die einfach was... Anscheinend ist genau westlich deiner Position, handliches Fahrzeug gemeinsam! Wenn ich hab die einfach was doppelt gesetzt, ist auch okay. Ganz länger als Hacking, bist du behindert? Junge. Ja, immer. Der ist es. Hast du es geschrieben, ich hab's leider nicht gesehen. Hey, nie hab den Check sogar aus, weißt du. Ich bin voll der Hacker mit meinen 1728, der beste Alter. Meuchtefösel, das ist mal ein netter Name. Kann man da irgendwie hochscrollen, leider nicht, wa? Komm schon, was im Chat, äh, ich glaub mit mir. Ja. Ja. Jetzt hab ich ja Zeit dafür. Ich hätte interessiert mich. Nein, kann man nicht. Nein, du weißt doch, ich hab sowas aus. Joachim, ihr müsst dieses Einsatz nicht verteidigen. Wenn ich hier schon amtlich, äh, hervorgehoben wäre, dann muss ich mir eigentlich angucken, was da Sache ist. Ja, aber nicht mit 1729 als Hacker zu bezeichnen, ist auch schon fast ein Frevel. Ne, das ist schon dumm, aber... Dumm vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ungewissens. Mann, Alter, kann ja nicht wahr sein, das dritte Mal von hinten, du. Kennt mich in der Ecke, weil der kacken muss. Kennt wirklich in der Ecke, als ob er kacken muss. Leck mich am Arsch, ey. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch, ja. Dumm zum Gang. Aber wenn der dumm genug ist, der Camper, dann weiß ich, wo er kennt. Naja, die meisten Camper sind dumm genug von daher. Hast du gute Quoten. So, vielleicht bin ich der Hacker, weil ich wusste, bei welcher Ecke er sich gekannt hat. Ne, ich habe gerade einem einen Kopfschuss gegeben und du kriegst den Ruf nicht mehr weg. Was für ein Ruf? Äh, ich krieg meinen Ruf nicht mehr weg. Du kannst mir meinen Ruf nicht streitig machen, wollte ich eigentlich sagen. Achso. Was, wer denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo ist der denn, der auf mich schießt hier? Frechheit, Frevel. Ne, kein Nachschub, Medizin. Oh, Pflaster. Medi, Medi und Zini, Mann. Pflaster. 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 Bitte, bitte lassen treffen. Äh, es wird zu schön, warte zu sein. Nicht schon wieder klar, wenigstens einheitlich geholt. Also eigentlich schon wieder zwei. Oh, wie fällt denn jetzt schon wieder, ey, ey, dieses Team, so zu dumm zum Kacken. Bist du auch auf B? Nein. Also, ja. Ne, tatsächlich nicht. Ich bin auf E. Ach, nee. Hast du es angehört? Dein... Nee. Boah, Digga, das fand ich nicht. Ja, genau. War das jedenfalls mein sarkastisches, ne? Hüuuck. Ohpala, da kam was mit. Boah. Kohlen-Säur. Wir haben nochmal länger als zwölf Sekunden im Punkt halten, ne, das wär... aber doch jetzt Alter Jesus war ein nach einer neuen 9 da war er weg da war der Claymore, die ich nicht gesehen habe also was die im Flaming machen Wut? echt jetzt? kill for bad language uwe ist halt böse ich frag mich nur was denn macht oder Loops? also die Wahrheit oder fucking? wahrscheinlich fucking also ist jetzt meine erste Idee fucking fuck turtles fuck turtles ey hier kommen die fuck turtles scheiße ich hab doch hinten schon gesehen na ahm oh schön gemacht auf deiner scheiß Neimein jo wie sind wir denn jetzt auf einmal gespawnt ey sechs Mann, sieben Mann? ein Witz alle Mann? äh ne das sind alle das sind alle das sind alle nicht all Mann alle Mann so hauptischer Panzer erstmal wird er beschossen dann ich muss abhauen dann land doch mal bei B oder so ne das ist doch halo funktioniert nur in dem Spiel nicht deswegen was hab ich Schaden für... alter was? was war das denn? übersichtlich Schaden nein nicht auf mich schießen ich bin ganz lieb halt auf mich zu schießen das glaubst du wirklich? ich glaube dass ich ihn ausgedrückt habe das ist natürlich möglich ich glaube dass ich keine Türfe gerne mache auch das ist möglich ich glaube dass ich nichts sehe durch diese scheiß Flammen darüber rede ich jetzt erst gar nicht und ich glaube dass ich eh gerade mehr oder weniger alleine eingenommen habe und jetzt auf einmal mein ganzes Team hier ist wow wow okay ich geh tschüss schießt ein Panzerschaf und da schießt ein Panzerschaf lass mich die Rocket noch rauskriegen hab ich den Käfer ach nein da muss ich gleich den Toaster nehmen weil ich keine funktionierende Feuerzeuge mehr Toaster oder Heckenschere? warum Heckenschere? ach das weiß ich doch noch nicht ach da gibts bestimmte Optionen wer grills kann mit allem Feuer machen wahrscheinlich ich wahrscheinlich auch ich bräuchte wohl näherteres Metall wow oh hab ich den erwischt aber so Werkzeugstahl ist schon sehr gehärtet hast du noch einen Reibstahl dann kannst du daraus vielleicht Funken schlagen that's what I said about 30 seconds ago ja ja Werkzeugstahl ja aber Reibstahl hast du nie erwähnt oder? ich habe gesagt ich brauche ein härteres Metall und dann habe ich gesagt oh Werkzeugstahl ist aber ganz schön hart ne aber wie willst du mit zwei Sachen Stahl jetzt Funken schlagen? ne an den Kanten ist ja jetzt nicht das größte Problem mal wenn das auch nicht funktioniert ich hab's nicht ordentlich nicht aber es funktioniert da ist ja Reibstahl natürlich it's possible es ist natürlich deutlich es ist einfach Volkseisen Reib Eisenbank an alle einsatz kill Charlie aus dem Endeffekt nur eine Härte und Stahl als dein Stahl ist und dann ist ja ok that's right oh krass hab ich's noch mit der Law erwischt ja und ein Dublé Kill gemacht Dublé Franzosen sind so nicht geduldig ne das weiß ein Doble Kill Doble das war jetzt irisch? ich weiß es nicht ich habe einen deutschen Kill gemacht zwei Mann gegen zwei Mann da fliegen hier alles an mir vorbei okay ach komm schon 7hp Alter haut er wieder seine Sniper raus und kippt mir alles klar deine Mutter hab ich auch geboomst und wie war's? erschrecklich was glaub ich dir sogar ich mein ich will ja gar nicht meckern der ist mit seinen 5711 wenn das real ist ist er ja wirklich gut was so sein Snipes und alles angeht aber ja der Typ wirkt ein bisschen verdächtig wenn ich mir so angucke was der so macht wenn ich neben dem herlaufe haters gonna hate ja deswegen krieg ich's von der Granate besorgt LOL Triple Kill 2 mit der Nate und 1 mit der Nate und 1 mit der Nate ich hab dich und noch jemand mit der Nate gekillt und gleichzeitig jemanden ein Handy gegeben dann nehmen wir euch da er hat aber auch nicht sehr viel HP aber ja gut trotzdem wie du das eben wie wir eben schon festgehalten haben geile Aktion so ein mehr oder weniger instant Triple Kill ich mein alleine Double Kill mit der Nate passiert ja nicht so häufig selten bei 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 COD machst du mit einer Nate 5 5 Leute tot und hier bist du was du hast einen Nate trocken ach komm schon alter entweder hab ich einen Ping oder du hast einen Ping ich war schon lange weg ich möchte fühlen Füße ich glaube ehrlich gesagt das Server leichter Lecks die Leuchte und mit dem Fahrzeug der steht einfach mal 48 48 in seinem Scheiß den hast du glaube ich noch nie gesehen ohne Scheiß Fahrzeug ich brauche ich aber auch so einen einen oder anderen von Welcome to richtig auf habe ich eben hat nichts gedacht ja gut da hat es mich erwischt meine Fresse ich habe eine 25er Kill Speed da oben angezeigt gerade ganz länger 25 Kills das ist doch kompletter Quatsch wie oft bin ich ich bin doch relativ oft gestorben wobei eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr was 28 Kills du wie würdest du deine 25 Kills bekommen ja was weiß ich denn ich hab's doch nicht ich hab's doch nicht ich hab's doch nicht reingeschrieben ich hab's doch nicht reingeschrieben ja vielleicht bist du deswegen der Hacker weil der Server bug ist ach komm das war ein Millimeter und dein Heli mit das Moor alter fliegt so weiter und nicht kräftig na ooooh zu niedrig ich check's nicht zu spät ja aber du lässt dich von solchen so versuchst du mal abwenden wie wäre sowas von scheißegal na was soll ich dir sagen es kann mir ja nur noch egal sein alles andere wäre quatsch aber du lässt sich da schon von ablenken oder denn natürlich geht die Bretterbude nicht kaputt ja oh Ron spielt deutsche Wertearbeit äh 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 wie alle wissen wir die Waffen Beschmiedekunst der Spanier hoch angesehen in der Welt fast wie die Französische gibt keine na warum na gut ja die Franzo- äh die Spanier haben ganz viele deutsche Waffen nachgekauft oder lizenzen gekauft wer snipet denn hier auf mich schon wieder äh Gegenfrage wer nicht ja ey garst nicht nach C C ist Sniper Heaven du wirst von allen Seiten des Snipern und ich weiß auch nicht warum denn die Leute campen einfach nur irgendwo in den Bergen und snipen zum Teil der liegt doch auf dem Boden Kinn ihn auch muss ich doch nicht machen hier hab du Scheiße da oh die Merle ist Ult oh die Merle ist Ult oh die Merle ist Ult fickt euch alle kommt her ich mach einer und John Rambo und dann kommt ein Sniper Schuss wahrscheinlich na oder ich Sniper auf Entfernung einfach raus mit der Ult kannst du da einiges rausholen NEIN ooooooh da hab ich gerade auf zwei Mann drauf gewichst und dann kommt wirklich der Sniper Schuss aber das ist eigentlich ein zweibein das Ult oder du kannst das wirklich los sein ich glaube nicht ich glaube es hat nur äh dass du noch self zu fallen aber wenn du dich hinlickst ist es ja eh Stalier von daher na eh nicht das ist genau meine Frage ich hab nicht das Gefühl dass es Stalier war so da ist ja alles so auf Hüftniveau ein bisschen ruhiger ha Möchte Föse hab ich dich alter blöder Idiot haha also nicht eben nur in deinem Team nein der war die ganze Zeit in deinem Team ok seitdem er mich jetzt erstmal getiltert war er in deinem Team und das war halt deine Aufnahmen also ach stimmt jetzt wo du sagst interessiert es mich auch nicht verstehe ich verstehe ich meine Einstellung ach komm ich höre noch ein hier mit das Moro na ach zu und viel zu früh und viel zu niedrig das sind aber alle so hoch das war das war das schlecht oh war das schlecht oh war das schlecht vorfaxig war das schlecht wo wo mann stopp schuldig er war so voraussichtlich mehr weg mehr weg und mehr groß er ist auch selbst nicht er hat nur Taschen Hölzüge und oder gar nicht höchst bevor ich jetzt wieder aufs Ziel gehe, muss ich erst mal hier Sniper halten wahrscheinlich will ich euch Tor bevor ich den Sniper sehe, aber warum? im schlimmsten Fall wahrscheinlich, aber du bist schon markiert, wenn du das warst nein, ach, jetzt will ich die beiden da wenig so töten lassen können, da kommen wir wieder zu viert, ich habe das Gefühl, ich kämpfe nie, ich habe nie vernünftiges 101, Alter ach, da legt euch jetzt hin, ja, ich werde euch jetzt wechseln interessante Formulierung ich probiere es dein Kollege war schneller ja gut, wieviel lagen da vier Mann oder so ich war da schon so einem, ja doch, du hast ja gelegen ja, und dann bin ich aufgestanden, nachdem deine Killcamp vorbei war und bin weggegangen ist das klar ja, sag ich doch ach, mal wieder drei Mann alter das ist ja echt der Nachteil, wenn du kein... du bist halt immer mehr alleine du bist halt immer mehr alleine oh, hab ich dich getötet, weil ich besser bin oder so alter ist zu normal ja, Headshot im Laufen bist du das unten am Berg gewesen? ja dann habe ich hinter dich geschossen auf deinem Kollegen ja, ich habe es gesehen oh, von da werde ich beschlossen hallo aber da waren noch ein paar mehr ja, du, äh hab ich hier gerade gesagt na, oh, nein 39 HP, nein ich sage ja, aber kein vernünftiges 101 Battle das ist halt echt ein bisschen traurig das gibt's doch nicht, ey was ist mit den Leuten denn? sag ich doch aber der IRC 27 ist schon ein bisschen verdächtig, ey keine Ahnung, habt ihr noch nie zugeguckt, wie auch ja, ohne Spot, oder? naja ja was schießt denn da? oh, bescheuert ne Waffe würde ich sagen, aber ist nur ein erster Typ Fahrzeug, würde ich sagen da steht ja da in der Eck, wie der Wichser der hat das C4 überlegt, will der mich verarschen? äh naja auch nur das C4, der war halt tot ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh geschossen aufgeworfen ey, ich mache das in meinen in den Skills Week 3, 4 kann ich mich gar nicht beschweren aber ich habe halt nie ein vernünftiges 101, was mich echt so ein bisschen abfuckt ja, du bist ein Opfer, ich spiele auf 30, ja was war jetzt so? ich spiele auf einer 30er Skills Week, ja ah, dann bist du schon wieder bugt, ja auch wenn der Server mich gut in Erinnerung hat, das ist doch okay für mich oh 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 na alter oh nein, mhm, die Klemme habe ich ja gar nicht gesehen ah zeigt eh von den Scheiß an oh du hältst dich ja immer noch drüber auf mach doch einfach die Scheiß hin ich hält mich doch gar nicht auf hältst dich damit auf hör auf zu mimimi warum stehen wir denn hier Leute? das gibt es doch nicht tschüss Ron ja das war geile Aktion von dem Sandi ich habe den Handy mit der G18 gegeben der hätte ich nicht wissen können der hat mich davor geratzt gefolgt achso, ja ok aber fairerweise ist das halbe AP aber der Handy war trotzdem geil mit der G18 halbe naja weniger als halbe AP glaube ich egal, so traurig wie mein Team sich auch angefühlt hat wir haben nicht gewonnen wir haben gerade die Kontrollen über Einsatz Team Charlie versucht wow schieße eigentlich auch mich gleiches Team nur Ruhe wow das Mann hätte ich gerne einen gemacht oder zwei wie hab ich denn jetzt? die Fähigkeit was ist denn Fähigkeit? keine Ahnung na ich auch nicht ja liebe Leute lasst mal ein Like da welche Folge euch besser gefallen hat alle na wir nach ist doch egal wir wünschen euch was bis dann Börsingkuchen tschüss